Hallo, ich bin Simone. Ich komme aus der Gegend von Lörrach. Ich bin schon zum zweiten Mal in Venedig dabei. Das erste Mal hat mir so gut gefallen, dass ich mich gleich wieder angemeldet habe. Es ist einfach die Verbindung zwischen Musik und dieser tollen Kulturstadt, die mich eigentlich jedes Mal mehr reizt. Ciao, ich bin Antonella. Ich bin ein liebender von Monteverdi, hier in den Griffka, ist nicht die Wahrnehmenden Ich bin ein liebender Künstler von Lissandu Rabadie, ein geleender Künstler und kennenzierter der Musik und von Monteverdi. Ich bin ein liebender Mannschaft und über Unter famous und von Monteverdi, von Monteverdi, in vielen Jahren. Ich bin wirklich glücklich, dass ich diese Möglichkeit hatte, hier in Venecia zu sein. Das war eine fantastische Erfahrung. Ich habe so viel gelernt auf diese Tage, in den letzten Wochen. Ich kann nur anbefalt es. Der Kurs war einfach noch einmal ein Punkt in meiner Bucketlist, die ich jetzt mir erfüllt habe als Traum. War schön.